ja hallo und willkommen noch mal hier zu einer kurzen info und zwar jetzt kommen wir mal zu was ganz schön wichtig ist nämlich die abstimmung der projekte ok sehen wir jetzt mal hier so ich sag euch projekt ich sag euch jetzt mal die projekte die ich so mehr ja vorstellen können quasi und das was wir hier natürlich schon gemacht haben jetzt außer jetzt gerade mal ja videos die ich mag und favoriten das müssen wir natürlich dann raus sehen also quasi getestet ab und so weiter final fantasy 8 wollen wir jetzt natürlich jetzt da ist ja das ein problemchen und da sage ich jetzt mal na gut aber die projekte die ich so ja es ist die abstimmung was möchtet ihr sehen schreibt mir in die kommentare und das meiste was an kommentaren bekommen hat gewinnt und dann wird es gemacht also quasi ich gebe euch die möglichkeit bei rose dragon als projekt was ich schon ein bisschen vor produziert hat splatoon 2 und ja sonst noch hier was haben wir denn hier super mario world als projekt zur verfügung oder aber the legend of zelda oder castlevania also quasi das sind jetzt gerade mal so ich sag jetzt mal kurz so die projekte die jetzt mal am anfang gut gelaufen sind und dann das ist jetzt gerade die ganze projekte tafel hier und zwar könnte ich mir auch vorstellen möchtet ihr zelda breath of the wild sehen dann schreibt mir bitte ein kommentar wo steht zelda breath of the wild und das was die meisten kommentare hat das wird am ende gemacht natürlich wird dann natürlich auch noch die zweit stimme die wird dann vielleicht noch als nachgänger oder für zwischendurch gemacht also so quasi kleines abwechslungs stil mit nummer eins und nummer zwei was dann gewinnt nummer drei wird dann natürlich dann auch überlegt also zelda breath of the wild gebe ich zur verfügung für die abstimmung sowie minecraft das was natürlich jeder kennt und mag auf eine art und weise dann gebe ich auch noch hier was soll ich sagen wird was kommt in letzter zeit gut an was ist denn überhaupt in letzter zeit gut aufgerufen worden gucken wir mal kurz einmal da sind noch private videos die zähle ich nichts mit die privaten die privaten werden nicht mit gezählt also quasi super mario gewollt das habe ich ja schon gesagt und ja möchtet ihr vielleicht noch was von final fantasy sehen also final fantasy 76 oder schreibt mir ruhig gerne kommentare falls ihr noch skyliners sehen wollt schreibt es auch in die kommentare ich gebe euch die möglichkeit zwischen also ein paar verschiedenen games ihr wählt letzten endes was ihr sehen wollt und zwar entweder ist es minecraft entweder soll es selda werden breath of the wild soll es skylander werden soll es mario world werden das war es oder soll es final fantasy sie werden also quasi das was gut ankam davon also quasi sage ich jetzt mal so sieben ja quasi sieben was soll ich sagen das sind eure möglichkeiten zur wahl und falls ihr euch entschieden habt schreibt es in die schreibt in die comments damit ich auch weiß ob ihr das sehen wollt oder nicht schreibt da rein dann können wir natürlich gemeinsam wissen was wollen was wollt ihr sehen als community weil ich habe jetzt schon nicht so viel verfügbar gemacht für euch und letzten endes müssen wir struktur in die sache rein bekommen also quasi was wir nun machen möglichkeit breath of the wild minecraft super mario world also gebe ich jetzt mal als top 3 vor an ihr könnt natürlich auch die anderen sachen wählen aber als top 3 sind gerade zelda minecraft und super mario world die meisten stimmen gewinnen es seien alles gute bis zum nächsten video und wenn die abstimmung läuft dann abgeschlossen ist dann sehen wir weiter dann machen wir die direkt die nummer eins und auch die nummer zwei beim bellen vielleicht auch noch die nummer drei mal gucken bis dahin alles gute falls es euch gefallen hat dann lasst ein like da unten abo und nicht vergessen die abstimmung zu machen in den kommentaren unten die jetzt dann natürlich leer im moment leer sind solange ihr noch nichts geschrieben habt aber ich bin gespannt was wollt ihr sehen was wollt ihr als community von mir haben es seien sag ich mal top super mario world minecraft und zelda breath of the wild es seien alles gute mal sehen was die abstimmung gibt ergibt bis zum ergebnis video und zum nächsten video